Er ist durchgerannt, glaube ich. Oder doch nicht. Alter, habe ich mich erschrocken. Oh, es geht. Ich glaube, es ist ein Skeffener Tanksteller. Hoffe ich. Klingt so, oder? Ja. So sind es in den Herren. Da ist noch einer. Oh. Willst du schießen? Du willst du? Nee. Alter, schießt ruhig, der Bettner. Au. Warum schießt er nicht auf dich? Keine Ahnung. Fassen? Nee. Bleib in Deckung. Du hast gesehen, wo er hin ist, oder? Du hast gesehen, wo er hin ist, oder? Fassen? Ja. Super. Komm ich mal rein. Okay. Oh, shit. Kannst du dich abwischen? Nee, 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 nee. Ach so. Ich muss mal hier ein bisschen Platz machen. Jetzt kann ich mein Magazin... Sorry. Nee, schade. Ich geh mal reingucken. Ja. Oh, jetzt brauche ich noch zwei Skeffs, Alter. So'n Scheiß. Ja, vielleicht sind noch zwei. Mhm. Aber hier ist alles gel... Nee, hier ist ein Magaziner. Ja. Okay, hier ist nichts groß drin gewesen. Komm raus. Mhm. Ich habe doch das Ding hier irgendwo hingeschmissen. Mein Guest-Analyzer ist weg. Ah, das ist ärgerlich. Naja. Ist nicht so, dass ich ihn brauche, aber... Ist schon kacke, dass er weg ist. Der N-Scaff hat eine Mosin. Oh, ich werde dich mitnehmen. Ja. Wo bist du? Ah, der Tank-Zapstörer hier. Der liegt hier. Ah, okay. Oder willst du es auch? Nee, nee. Mach nur. Können wir trotzdem die Arter noch an. Okay. Wegen der XP. Wollen wir jetzt durch die Halle? Komm, machen, ja. Und dann vorne raus, weil da sind ja dann immer das Gäffs auf dem Vorplatz da, ne? Hast du noch deinen? Zwei passt da noch, oder? Zwei brauche ich noch, ja. So, die noch kriegst du vielleicht. Ah, hier war schon jemand. Da rennt einer. Bist du das? Nee. Ja. 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 Da rennt einer. Bist du das? Nee. Ja. Da rennt einer. Läufst du? Nein, ich stehe hier. Okay. Hast du die Taschenlammer an? Jetzt nicht mehr. Ja. Ich hab ihn. Alter. Alter. Junge, das war klar. Ich hab mich nicht dran zu schießen, weil ich nicht wusste, wer wer ist. Ja, ja. Ist okay, ist okay. Ist das ein Gäff oder was? Der war aber. Der Spieler ist Gäff wahrscheinlich, ja? Alter, der war aber hart, denk ich auch. Der war aber brutal unterwegs, du. Junge, Junge. Ja. Ja. Ist gut fertig gemacht. Ja. Brauchst du noch unser Leber? Nee, ich bin voll. Okay. Kondensmilch könnte ich vielleicht noch mehr mit organisieren. Milch hat er hier noch, wenn du willst. Ja. Würdest du mir schnell reinpfeifen? Mhm. Pfeifen. Ja, ich geh mal außen rum. Ach so, hier. Da kommen wir hier vor zum, zum, ähm, Checkpoint. Dort kommt. Ach ne, wir rennen in die falsche Richtung. Wir sind ja schon am Checkpoint. Wart mal, wer ist das? Ich dachte, meinst da hinten dieses... Das ist... Da ist so ne... Vergraben eine Tonne oben. Mhm. Hast du nen Schüssel mit? Nee. Oder... Doch, ich glaube ja. Ich hab den kaum nicht mit rausgenommen. Ne, ich glaube ich nicht mit. Muss ich jetzt gucken. Wollen wir uns da durchpressen? Wollen wir uns da durchpressen? Ja. Oh, Alter, hast du mich erschrocken. Wieso? Nein. Scheiße, ich hab den Schlüssel doch. Ich wollte aufschließen, aber... Ich hab ihn, ich hab ihn. Da rein. Das ist nicht. Das sind zwei Kisten, oder? Ja. Auf den Dings steht noch einer. Die ist leer. Ach ja. Auf den anderen Kisten steht auch noch ne Kiste. Ach. BP und GT Munition. Green Tracer und BP. Ich hab's mal eingepackt. Wo hat's Munition? Wollen wir uns hier vorne irgendwo ins Gebüsch hocken? Richtung Tankstelle? Ja. Achtung. Komm, machen. Ich hör's selbst. Hm, ich auch. Er ist durchgerannt, glaub ich. Oder doch nicht. Alter, hab ich mich erschrocken. Junge, 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 Junge. Frag mich, wo das herkam. Ja, ich hab ihn fast gehabt. Er hat mich auch tot gemacht. Scheiße, wo war er? An dem Zaundurchgang, glaub ich. Ach so? Dort? Mhm. Ich bin aber... Der kam zumindest von da an gerannt. Aha. Der kam dann in die Bude rein, wollte schlugen. Und da hab ich auf den geschossen. Aber, naja, was hab ich denn gemacht? Damage. 300. Aha. Oh, jetzt hast du fast gehabt. Probiert bei Armour. 120. Scheiß, die waren dann aber. Ja, ärgerlich, ja. Ich dachte, der ist vorbeigerannt. Das war so weit weg. Oh. Ich kann das echt nicht einschätzen, wie weit hier jemand weg ist. Ja, ja. Manchmal ist das so übelst laut. Da denkst du, oh, der ist ja nah. Da ist dann noch Arsch weit weg. Und jetzt hast du ihn kaum rennen gehört und da war er schon so nah. Ja. Tja. Die nächsten Scavs, wenn wir Richtung Ausgang gehen, sind ja... Im Bunker. Oh. Warte, war... Warte, einer. Schau was. Da hat doch ein Scav hier. Mach doch nicht. Schau was. Ich guck mal vor. So, Schritte. So, ich bin jetzt hinter dem Anhänger, den man markieren muss. Hm. Hast du? Ich glaube es war ein Spieler oder sowas. Oh, hier kommt doch jemand, hier kommt jemand. Auf. Scheiße. Fick die Hände, aber. Das ist ein übelst Fehler. Echt? Wir kämpfen sich gerade gegenseitig. Das sind zwei Teams. Achso. Ja, ich habe einen Spieler unterschossen. Das waren zwei Teams, die sich gekriegt haben. Bist du ins Kreuzfeuer geraten, oder was? Ja, irgendwann hat mich immer gesehen. Achso. Dritt ist du? Ja. Okay. Okay. Du lebst noch. Ein anderes Tod. Ja. Wenn ich gehe. Oder ja. Ich bin in deiner Beutelhütte. Du kannst auch rein in den Beutelhütte. Was ist denn das? Achso, ein Stuhl. Geh hoch. Wenn ich Steppen auswinde. Hier ist schon wieder Seife vom Matze. Oh, die gute Seife. Ich nehme die mit. Du kannst ja auch nehmen Beutel. Du kannst doch auch Dings herstellen. Saliva. Hier ist Pommesjuice. Hier ist Pineapplejuice und so. Mit Beutel. Braucht jemand durchs Gebüsch? Nein. Wer ist denn gerade auf Metall gelogen? Ach. Ein Scaff. Der Bensjuice. Der Bensjuice. Der Bensjuice. Der Bensjuice. Da ist ein Pferdchen. Wir sind im Benjishus. An der Schweineverpflegung. Hier ist auch mal was drin. Opel. Schwarz Pferdchen drin. Was hier? In dem Schrank oder was? Oh nein! Au, 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 au! Ich bin tot! Hä, wo warst du denn, Matze? Vorne an meinem Haus an der Ecke. Ey, wieso bin ich tot, Alter? Ich war um die Ecke gerannt, Alter. Da draußen läuft auch Benji, bist du draußen? Nein. Okay, das ist Gaff. Was? Dieser Hurensohn. Wurdest du von Skaff erschossen? Ja. Von Arsene Sibli, Junge. Das dumme Schwein. Brötl, läufst du? Ja.